Ein strahlendes Hallo, lieber YouTube-Zuschauer oder Zuschauerin. Ich grüße dich, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu dem neuen Video. Ich will jetzt nur ein paar Sachen dir erzählen, was ich gerade so gemacht habe oder worum ich gerade stolz bin. Es ist heute diesmal kein Content-Video, nein, es ist ein persönliches Video, auch für mich. Und für, ja, mal einen Rückblick, wo ich auch mal zurückblicken kann, was 2021 passiert ist. In dem Video, dem nachfolgenden Video, geht es um einen Vortrag, wo ich bei Hermann Scherer virtuell gehalten habe. Du kennst ja sicherlich Clubhouse. Clubhouse ist die neue App in Social Media, wo man quasi mit Audio auf den Podien, auf den Räumen gehen kann und sich melden kann als Experte oder halt auch Expertin. Und Hermann Scherer hat einen Weltrekord aufgestellt in Clubhouse mit seinem Speaker Slam. Und ich war dabei, was ich auch natürlich manifestiert habe. Ich habe eigentlich manifestiert, ich bin beim nächsten Speaker Slam ganz offline dabei. Das hat jetzt nicht geklappt wegen Corona, aber ich war online dabei. Beim ersten Online Speaker Slam Weltrekord in Clubhouse. Und ich habe richtig geil abgerockt. Ich hatte noch sogar eine Minute Zeit für sonstige Sachen, aber ich habe richtig geil gerockt. Und es hat richtig geil, mega Spaß gemacht. Und mein Meilenstein ist damit erstmal abgehakt. Und der nächste Meilenstein ist das Speaker Slam Offline bei Hermann Scherer. Ja, und was war noch so? Ich habe natürlich auch noch ein bisschen Merchandise gestaltet und habe auch noch weitere Podcast-Folgen hochgeladen. Und habe auch YouTube-Videos gemacht. Das letzte, glaube ich, hast du gesehen mit Hard Selling. Wenn du es noch nicht gesehen hast, dann schaust du es dir gerne an. Und was war noch so? Eigentlich zwischen Lockdown, Corona, Kurzarbeit, wie gesagt, habe ich quasi mein Business hochgearbeitet. Und jetzt geht es raus in die Vermarktung. In Werbung-Ads und in Google-Ads und so weiter und so fort. Genau, weil mein Unternehmen ist voll digitalisiert. Und ich kann mein Unternehmen von überall arbeiten, wo ich Bock habe. Entweder ich kann von hier aus arbeiten, ich kann von Frankfurt aus arbeiten, ich kann von da aus arbeiten, ich kann von da aus arbeiten, ich kann von da aus arbeiten, ich kann von Duba aus arbeiten. Egal wohin, genau, so habe ich quasi so ein bisschen ein digitales Unternehmen geschaffen, wo ich quasi nicht an einem Standort festhänge, sondern wirklich von überall aus arbeiten kann. Und mit den Tools, mit den Digitalisierungstools, das ist mega toll. Und ich bin davon faszinierend unter Wetter und noch wieder viel mehr Sachen noch machen. Und ja, ich wünsche auf jeden Fall bei dem folgenden Video kurz Spaß. Ich habe die Rede damit aufgenommen. Jetzt wirst du gleich die Rede sehen und im Nachgang werde ich noch kurz was darüber erzählen. Ich wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß bei der Rede. Hallo, ich bin Michael. Ich stelle mich jetzt kurz nicht vor am Ende. Eine kleine Geschichte. Kein Mensch ist eine Insel, ganz von selbst. Jeder ist ein Stück des Kontinents, wenn ein Klumpen ins Meer weggespült wird. Europa ist es nicht. Alles wäre Europa, nur nicht das Vorgebirge. So ist es eine Art von dir oder von deinen Freunden. Der Tod eines jeden Mannes oder Frau verringert sich im Leben. Denn jeder ist in der Menschheit involviert. Deine Stunde schlägt für dich. Es ist Zeit für dich. Zuzuhören und zuzusehen, das haben wir verlernt im Verkauf. Die Zeit ist reif für Empathie im Verkauf. Ich habe hier zwei, drei Gedanken für alle Verkäufer, Vertriebler unter euch. Ich bin mit Leidenschaft Vertriebler und mache es gerne, weil ich auch bei der Telekom im Laden stehe und das sehr gerne mit Herzblut mache. Empathie zu entwickeln ist kein großes Muss. Empathie wird dir angeboren. Nur du wirst es selbst wieder rauskitzeln. Deine Empathie empathisch zu verkaufen. Mit Augenkontakt zu der Person deines Gegenübers. Du darfst keine Person so verurteilen und immer Blickkontakt freundlich zu sein mit deinen Mitmenschen. Je vor du kritisch und verurteilt wirst oder auch selbst Kritik äußerst, reflektiere immer an dich, wie du dich sehen wirst als Kunde, wenn du irgendwo was kaufen willst. Denn da draußen gibt es noch so viele Verkäufer, die nicht so handeln. Mein Name ist Michael Warrauch. Ich bin nebenbei selbstständig in dem Bereich Verkaufstraining für Herzensempathie. Das ist so meine Leidenschaft und dafür brenne ich. Hauptberuflich, wie ich gesagt habe, bin ich angestellt bei der Deutschen Telekom im Telekom Shop. Und mache quasi auch als Filialeiter diese Trainings mit meinen Mitarbeitern. Und wir haben mittlerweile mehr Erfolg, wie dieses alte deutsche Verkaufen, was jeder lernt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und vielen Dank für die tolle Chance, hier dabei zu sein. Gesehen und ich habe es nicht perfekt gemacht, aber dafür unperfekt und dafür gut. Und es war so richtig geil. Weißt du, bei jeder Rede oder bei jedem Video habe ich immer noch eine kleine Nervosität. Und eine Nervosität ist okay. Und lieber unperfekt statt perfekt. Es muss nicht immer alles so 100% perfekt sein. Wir Deutschen sind so perfektionistisch. Und deshalb hasse ich Deutschland an seinem Perfektionismus. Und habe auch gesagt, ich werde nie perfekt sein. Und du wirst auch nie perfekt sein. Also mach es. Mach es.